Linden LaRouche hat in seinem Freitag-Webcast am 15. Februar nachdrücklich erklärt, dass die Vereinigten Staaten und die ganze Welt vor der Alternative stehen, Glass-Steagall oder Tod, Trennbankensystem oder Völkermord. Im Speziellen erläuterte er weiter, dass ein hyperinflationärer Explosionsprozess solchen Ausmaßes in Gang gesetzt wurde, dass es nicht nur unmöglich ist, die fiktive Geldblase aufrechtzuerhalten, sondern es ist führenden Kreisen der britisch-imperialen Fraktion, die das jetzige System kontrollieren, klar geworden, dass das so ist. Deswegen, unabhängig davon, ob sich die Verantwortlichen darüber bewusst sind, wird es dazu kommen, dass sie das bestehende Finanzsystem und sämtliches zirkulierendes Geld zusammenbrechen lassen werden, es abschreiben und einfach von einem Tag auf den anderen neues Geld, neue Währungen ausgeben, das sie dann ebenfalls kontrollieren. Auf diese Weise könnten sie dieses Geld und diesen Kredit ausschließlich für eine Handvoll Auserwählter verwenden. Die Folge davon wäre, wie schon früher in der Geschichte, ein massiver deflationärer Kollaps. Ein freier Fall wie in einem Aufzug. Ich hoffe, das ist Ihnen nie passiert. Und alles wird am Boden zerschellen. Im Zuge dieses massiven deflationären Kollapses würde die Realwirtschaft noch schneller kollabieren, als heute schon der Fall ist, sodass die Weltbevölkerung, wie es das britische Empire tatsächlich vorhat, von etwa sieben Milliarden heute auf etwa eine Milliarde schrumpfen würde. Ein Anzeichen dafür, dass sich einige dieses Problems bewusst sind, kam gerade erst von einem weltweit führenden Befürworter dieses Krebsgeschwürs, das sich des Finanzsystems bemächtigt hat. Ich meine Bill Gross, ein passender Name, Chef einer Firma namens Pimco, ebenfalls ein passender Name, der größten Weltpapierhandelsfirma der Welt. Bill Gross hat einen Artikel mit der Überschrift »Die Kreditsupernova« geschrieben, der sich in informierten Kreisen in Washington und anderswo zu einem Skandal ausgewachsen hat. Denn er schrieb darin, dass das gesamte Weltfinanzsystem zu einem sich selbst verzehrenden Feuersturm geworden ist, der mit immer neuen und immer mehr Finanzinstrumenten gespeist werden müsse, nur um ein Dollar Output des BIP beizubehalten. Er hat das etwas merkwürdig formuliert, denn er brachte das Beispiel, dass man damals in den 70er, 80er Jahren vier Dollar brauchte, um einen Dollar BIP zu produzieren. Wobei ich meine Schwierigkeiten mit diesem Verb habe, denn Schulden produzieren nicht das BIP. Wie auch immer, er beschäftigte sich mit der Beziehung zwischen den wachsenden US-Schulden und einem konstanten BIP. Hier ist eines von Mr. Gross' Grafiken, das er mit »Explodierender Supernova« überschrieb. Er zeigt darin einfach das rapide Wachstum der gesamten amerikanischen Verschuldung, Privatfirmen und Staatsschulden, die von 4 Billionen Dollar um die Zeit von 1975 auf heute 55 bis 60 Billionen Dollar gestiegen sind. Wie man hieraus ersieht, so verdeutlicht er, brauchte man 1975 4 Dollar pro Einheit BIP, wobei heute etwa 20 Dollar aufgebracht werden müssen. Das beschreibt er als Schulden-Supernova. Auch wenn Gross' Argument interessant ist und in die Richtung eines Problems weist, ist aber die Tatsache, dass er die Natur der hyperinflationären Blase, die sich aufgebaut hat und jetzt vor der Explosion steht, massiv untertreibt. Wir haben es tatsächlich mit einer amoklaufenden Hyperinflation zu tun. Wir haben das folgende Schaubild entwickelt, um Ihnen einen Eindruck davon zu geben, um wie viel schlimmer die Lage ist, als selbst Gross' sie einschätzt. Im Grunde geht dies sogar aus Gross' eigenem Text hervor, denn in einer Fußnote zu seinem Artikel erklärt er, dass er die sogenannten Schattenschulden aus seinen Zahlen herausgelassen habe. Schattenschulden sind nun aber ein Verweis auf jene Riesenblase von Finanzaggregaten, insbesondere von Derivaten. Die Derivaten sind noch schneller als die Verschuldung gewachsen, welche ihrerseits schneller als das BIP gewachsen ist. Anders gesagt, die Zuwachsrate der Finanzaggregate war noch um eine Größenordnung höher als selbst die Zahlen, die Mr. Gross vorgelegt hat. In diesem Schaubild sieht man die blaue Linie in der Nähe der X-Achse, die die bereits zuvor gezeigte Beziehung zwischen Schulden und BIP darstellt. Und man muss dazu wohl sagen, das ist noch gar nichts. Man muss sich die Gesamtheit der weltweiten Finanzaggregate anschauen, die hauptsächlich aus Derivaten bestehen, das heißt Wetten auf Wetten auf Wetten. Das Verhältnis dieser Aggregate zum BIP hat sich nicht verfünffacht, wie Grosses Zahlen über die Verschuldung zeigen, sondern sind in dieser Zeit um das 50-fache gewachsen. Das bedeutet, man hat heute 500 Dollar pro Einheit BIP. Die Lage heute ist tatsächlich völlig außer Kontrolle geraten. Zunächst möchte ich Sie darauf verweisen, wie sich diese weltweiten Finanzaggregate zusammensetzen. Wie Sie sehen, reichen die Zahlen nur bis 2005, dem Jahr, wo wir die letzte detaillierte Berechnung angefertigt haben. Die gesamten weltweiten Finanzaggregate beliefen sich damals auf knapp eine Trillion Dollar. Das sind 1.000 Billionen Dollar, was praktisch genauso aussagelos ist wie die Aggregate selbst. Ich möchte hiermit nur sagen, dass das tatsächliche Bild der weltweiten Finanzaggregate im Wesentlichen nicht wiedergegeben wird durch die Aktienmärkte, wie überbewertet sie auch sein mögen, auch nicht durch die Verschuldung der Vereinigten Staaten, die Gross hier einführt, noch die Schulden der dritten Welt oder andere direkte Schulden. Der Löwenanteil an der ganzen Sache sind die Finanzderivate. Was sind denn nun eigentlich Derivate? Gute Frage. Derivate wurden einmal, ich glaube zutreffend, als Möglichkeit beschrieben, finanzielle Verluste, die man erlitten hat, zu verschweigen und zu vertuschen. Anstatt also zu sagen, meine Güte, ich bin pleite, ich kann die Schulden nicht mehr zahlen, sagt man lieber, nein, ich mache weitere Schulden, um die Verluste abzudecken, und ich hoffe, dass ich die wachsenden Verluste aus der Derivatwette nicht begleichen muss. Derivate kann man also mit dem Berufsspieler vergleichen, der am Roulette-Tisch immer verliert, aber anstatt zu zahlen und aufzuhören, sagt, nein, jetzt spielen wir alles oder nichts. Doch er verliert wieder, und anstatt zu zahlen, sagt er erneut, nein, alles oder nichts. Derivate sind die alles oder nichts Methode für die massiven Verluste, die in der gesamten Wirtschaft aufgelaufen sind. Das ist das Wesen der angehäuften Finanzaggregate, die den Sprengsatz für die aus dem Ruder gelaufenen hyperinflationären Lage darstellen, von der Herr LaRouche gesprochen hat. Ich möchte dem noch hinzufügen, dass die gängigen Definitionen von Inflation völliger Quatsch sind, reiner Unsinn. Besonders wer Volkswirtschaft studiert hat, dem wurde diesen Unsinn erzählt, dass es nämlich verschiedene Arten von Inflation gibt. Inflation, so heißt es, gibt es, wenn zu viel Geld hinter zu wenigen Waren her sei. Das ist lächerlich, das ist keineswegs der Grund. Oder man sagt, es gebe Kostendruckinflation. Wer von Kostendruckinflation spricht, will eigentlich die Löhne der Arbeiter für die Preiserhöhungen verantwortlich machen, denn diese Kosten würden angeblich die Inflation anheizen. Das ist also nur eine durchsichtige Entschuldigung für weitere Lohnsenkungen. Dann gibt es noch die sogenannte Nachfragesog-Inflation. Wer das versteht, hat mindestens ein oder zwei Doktortitel in Volkswirtschaft verdient und absolut nichts verstanden. Wenn ein Ökonom von Nachfragesog spricht, so will er mir einfach ein Bein zu stellen versuchen, um mir verständlich zu machen, was sich hier abspielt. Aber das ist nicht, was sich abspielt. Auch sollte man nicht versuchen, die heute stattfindende Hyperinflation mit einfachen Ausdrücken wie steigenden Verbraucherpreisen zu umschreiben. Man sieht allerdings tatsächlich, dass sich während Obamas Amtszeit die Benzinpreise an den Zapfsäulen verdoppelt haben. Man sieht auch, dass die Lebensmittelpreise im Supermarkt anziehen. Denn die Finanzblase überträgt sich über die Derivatspekulation an den Future-Märkten, über die Waren-Spekulation und so weiter auf den Konsumbereich. Aber wenn es um Hyperinflation geht, sollte man eher an einen riesigen Drucktopf denken. Denn die Hyperinflation spielt sich zunächst in den Finanzaggregaten selbst ab. Man sieht dies zum Beispiel an diesem Wachstum hier. Das ist wie in einem Drucktopf, der immer mehr Druck aufbaut und irgendwann in die Luft fliegt. Und erst dann merkt man, wie sich die Inflation in alle Bereiche der Wirtschaft ausbreitet. Im Augenblick sieht man, wie die Finanzaggregate rapide, hyperbolisch eskalieren. Sie basieren auf absolutem Nichts. Sie vermehren sich auf Grundlage des Alles-oder-Nichts-Prinzips, um die Verluste abzudecken. Das wirkliche Problem der Hyperinflation versteht man erst, wenn man sich Lyndon LaRouche's berühmte Kollapsfunktion oder Trippelkurve anschaut, die er als pädagogisches Hilfsmittel entwickelt hat, um die Vorgänge in der Wirtschaft zu verstehen. Hier ist sie abgebildet. Viele Leute waren überrascht von dem, was Bill Gross gesagt hat. Aber Lyndon LaRouche hat diese Darstellung bereits 1995-96 entwickelt. Es ist fast zwei Jahrzehnte her, dass LaRouche von dem Sprengsatz im globalen Finanzsystem sprach, der irgendwann hochgehen würde. Er hatte diese Darstellung als heuristisches Modell für einen Vortrag entwickelt, den er auf eine Konferenz im Vatikan Mitte der 90er Jahre gehalten hat. Bei der Trippelkurvenfunktion ist am wichtigsten, und das ist der Teil, an dem die meisten große Schwierigkeiten haben, LaRouche zu verstehen, dass man es mit einem einheitlichen Prozess und nicht mit drei einzelnen Kurven zu tun hat. In diesem einen Prozess findet das Wachstum der Finanzaggregate und der monetären Aggregate statt, wobei irgendwann die Wachstumsrate der monetären das Wachstum der Finanzaggregate überholt, wenn man ein finanzielles Krebsgeschwür wie heute hat. Ich sollte das erklären. Was Sie hier sehen, sind keine absoluten Mengen, sondern die Änderungsrate. Die Wachstumsrate der monetären Aggregate übersteigt die Wachstumsrate der Finanzaggregate, nur weil die Alles-oder-nichts-Blase immer weiter wachsen muss. Die entscheidende Frage aber ist, und darin ist LaRouche's Wirtschaftstheorie absolut einzigartig, die Beziehung davon zu der dritten, unteren Kurve des realwirtschaftlichen Input-Output zu verstehen. Das Problem der Hyperinflation ist nicht, dass zu viel Geld zu wenigen Gütern nachjagt. Das hat nichts mit dem Bruttoinlandsprodukt zu tun, denn das BIP drückt nicht die tatsächliche Realwirtschaft aus. Das BIP ist lediglich eine monetäre Berechnung auf der Grundlage dessen, was der Markt aufnimmt, oder anders gesagt, was sich verkauft. Der Internationale Währungsfonds hat zum Beispiel in öffentlichen Dokumenten ausdrücklich erklärt, dass seiner Auffassung nach die Drogenproduktion in Ländern wie Kolumbien in die Berechnung des Bruttoinlandsprodukts eingehen müsse, denn es verkauft sich ja. Und wenn es sich verkauft, will es jemand, und das nennt sich dann effektive Nachfrage, und deshalb muss es in das BIP eingerechnet werden. Das BIP ist somit ein völlig irreführendes Maß. Es ist nicht nur irreführend, weil es tatsächlich unproduktive und destruktive Dinge enthält, wie zum Beispiel die Drogenproduktion, oder auch Zahlungen an Ökonomieprofessoren, die an den Universitäten lehren, was mindestens ebenso destruktiv oder noch destruktiver ist wie die Drogen, denn so wird die Drogenproduktion sogar noch gerechtfertigt. Die Grundlage des Ganzen ist aber eine monetäre Eins-zu-eins-Berechnung, eine monetäre Berechnungseinheit, mit der die reale Wirtschaftstätigkeit beschrieben werden soll. Bei der Realwirtschaft geht es aber in Wirklichkeit um ein ganz anderes Maß, gegen das sich die hyperinflationäre Explosion richtet, und das ist die Erweiterung der produktiven Arbeitskräfte. Die entscheidende Frage für das Gelingen oder Scheitern einer physischen Ökonomie liegt darin, inwieweit die eigene Politik die produktive Arbeitskraft erweitert, das heißt, wie effektiv der Mensch seine schöpferischen Aktivitäten in Wissenschaft und Technologie umsetzen kann, um einen zunehmend dichten Energiefluss beziehungsweise eine wachsende Energieflussdichte in der Produktion zu erzeugen und so die Beziehung des Menschen zum Universum, von dem er ein Teil ist, zu verändern. Das ist das wirklich einzige Maß, das in einer physischen Ökonomie gültig ist, ein sich veränderndes Maß. Das ist kein Zollstock, von dem man ablesen kann. Das ist eine Einheit gleich der nächsten Einheit gleich der nächsten. Es verändert sich. Und es muss sich ändern, denn wir haben es mit einem dynamischen Prozess zu tun, in dem das schöpferische Denken selbst sämtliche Parameter der physischen Ökonomie verändert. Die Dreifachkurve LaRouche zeigt genau das. Und wie Shakespeare in einem ähnlichen Zusammenhang schrieb, ist die Zeit aus den Fugen. In unserer Situation sind die zwei Vorgänge vollkommen voneinander abgekoppelt. Das krebsartige Wachstum der Finanzaggregate, die sich besonders in den Derivaten ausdrücken, und der Zusammenbruch des eigentlichen realwirtschaftlichen Prozesses, der sich in der Energieflussdichte und der Fähigkeit der Menschheit ausdrückt, sich in den nachfolgenden Perioden jeweils auf höherer Ebene zu reproduzieren und ihre potenzielle relative Bevölkerungsdichte zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund haben wir die folgende Grafik. Hier sieht man ganz deutlich, was in aller Welt mit der Politik des Quantitative Easing, das heißt, des reinen Gelddruckens, geschieht, die nicht nur unter Obamas Politik ist, sondern schon vorher unter Bush stattfand. Wie überall sonst macht Obama Bushs Politik aber noch weit, weit schlimmer. Die Politik des Quantitative Easing wird auch in Europa von der EZB betrieben, neuerdings auch von der japanischen Notenbank und schon länger natürlich von der englischen Notenbank und von Helikopter Ben Bernanke bei der Federal Reserve. In den vier bis fünf Jahren von 2008 bis Ende 2012, also unter Obamas Amtszeit, beliefen sich die neuen Geldmittel der Federal Reserve, die in das US-Bankensystem hineingepumpt wurden, auf 2,5 Billionen Dollar. Natürlich ist der gesamte Bailout noch um eine Größenordnung größer. Mir geht es hier vor allem um das neue Geld, das die Fed hineingepumpt hat, mit dem Argument, hey, wir müssen den Banken helfen, weil sie dann wieder Geld verleihen können. Doch schauen wir einmal an, was wirklich passiert ist. Die Geldspritzen betrugen 2,5 Billionen Dollar. Die Bankeinlagen haben sich in diesen fünf Jahren tatsächlich um 1,6 bis 1,7 Billionen Dollar erhöht. Aber wurde das Geld auch verliehen? Natürlich nicht. Es floss in das Glücksspiel von alles oder nichts. Es wurde nicht verliehen. Vielmehr ging die Gesamtkreditvergabe der Banken, hier die rote Linie, um eine Billion Dollar zurück, in demselben Zeitraum, als 2,5 Billionen Dollar an frischem Geld ins Bankensystem hineingepumpt wurden. Das ganze Argument Obamas ist also eine vollkommene Farce. Der Betrug ist völlig offensichtlich. Aber es ist sogar noch schlimmer als das. Genauso wie die Kreditsupernova um mindestens eine Größenordnung schlimmer ist, als Mr. Gross sagt. Es ist ein Kreditsupernova hoch 2. Denn auch hier gilt, dass Bankkredite selbst nicht unbedingt produktive Kreditvergaben sind. Tatsächlich gilt die Faustregel, dass nur rund die Hälfte aller Kredite eines Jahres in die produktive Wirtschaft fließen. Der ganze Rest ist schon wieder rein spekulativ, da er in Dinge fließt wie Interbankkredite, Hypothekenspekulationen und so weiter und so fort. Das Problem ist also weit schlimmer als solche Zahlen auszurücken können. Meiner Ansicht nach kann die ganze Misere erst dann richtig verstanden werden, wenn man sich die Resultate dieser Politik betrachtet. Ich möchte hier noch etwas einfügen, denn viele sagen ja, schau da, die IWF-Politik hat versagt. Sie hat gar nicht erreicht, was versprochen wurde. Oder die Politik der Federal Reserve ist gescheitert, sie hat die Lage noch verschlimmert. Mein Argument ist ganz anders. Ich glaube, der IWF war sehr erfolgreich, denn seine Politik verfolgte die Absicht, Menschen umzubringen. Die Politik der Fed war total erfolgreich, denn es war nie ihre Absicht, in irgendeiner Weise einen Aufschwung herbeizuführen. Die Politik zielte genau darauf ab, mit Hilfe der hyperinflationären Rettungspakete einen Genozid zu erzeugen, der tatsächlich auch daraus resultierte. Demzufolge hat der IWF in Griechenland nicht versagt. Es ist eine Erfolgsgeschichte. Die Menschen werden umgebracht. Und genau das war die Absicht. Die britisch-imperiale Politik heißt Entvölkerung. Und das wird jetzt umgesetzt. Sie werden damit weiter Erfolg haben, solange ihr System nicht durch Glass-Steagall ersetzt wird. Zur Verdeutlichung. Man kann die Lage der Realwirtschaft von mehreren Aspekten untersuchen, aber am wichtigsten ist, sich die Zusammensetzung der Arbeitskraft anzuschauen. Die beste Untersuchungsmethode für die dritte Kurve in LaRouche's Grafik, die der physischen Wirtschaft, ist, den Zustand der produktiven Arbeitskraft zu untersuchen. Wenn, wie es tatsächlich der Fall ist, die einzige wirkliche Quelle des Wohlstands im Anstieg der Produktivkraft der Arbeit liegt, dann ist ohne Zweifel das wichtigste Anliegen in Wirtschaftsfragen, nicht nur neue Arbeitsplätze zu schaffen, sondern produktive Arbeitsplätze zu schaffen, die Menschen zu erziehen und auszubilden, sodass das Niveau von Wissenschaft, klassischer Kultur und Technologie ansteigt. Dadurch steigt die Energieflussdichte, was wiederum die Grundlage für die Erhöhung der Produktivkraft der Arbeit insgesamt ist. Sehen Sie sich die Lage in Spanien heute an und man könnte die gleiche Grafik auch für Griechenland erstellen, wo die Jugendarbeitslosigkeit bei 62% liegt. Für Spanien jedenfalls ist hier die Entwicklung der offiziellen Arbeitslosigkeit in den letzten zehn Jahren dargestellt, wobei die tatsächliche Arbeitslosigkeit wesentlich höher ist. Aber selbst nach offiziellen Angaben, hier die blaue Linie, ist die Arbeitslosigkeit auf etwa 26% der gesamten erwerbsfähigen Bevölkerung gestiegen. Das ist erschreckend genug, aber bei der Jugendarbeitslosigkeit sieht man, dass zum Jahresende 2012 50% aller Jugendlichen zwischen 18 und 25 Jahren in Spanien erwerbslos waren. Und die Prognosen sagen, dass bis Ende 2013 60% erreicht sein werden. Griechenland hat diese Marge bereits übertroffen. Jüngste offiziellen Zahlen für die Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland betragen 62%. Denken Sie nur kurz darüber nach, was das bedeutet. Was heißt es für das Überleben eines Landes oder einer Volkswirtschaft, wenn nahezu zwei Drittel der jungen Bevölkerung auf die Müllhalde geworfen wurden? Sie haben keine Arbeit und schon gar nicht produktive Hightech-Arbeit. Sie haben keine Zukunft. Das Land wird ins Schlachthaus geführt. Es wird verwüstet. Wir haben es hier ohne Untertreibung mit Genozid zu tun. Hier wird absichtlicher Genozid betrieben. Und diese Politik müssen wir ändern. Deswegen kommt LaRouche zu dem Schluss, wir haben heute nur die Alternative zwischen einer Rückkehr zum Trennbankenprinzip von Franklin Delano Roosevelt 1933 oder Massenmord. Ich möchte schließen, indem ich die Zuschauer an etwas erinnere, was über das ursprüngliche Glas-Deal-Gesetz von 1933 nicht sehr bekannt ist. Allgemein weiß man, dass dieses Gesetz ein kurzes und präzises Dokument war, das einfach klarstellte, dass man produktive Geschäftsbanken und spekulative Investmentgeschäfte trennen muss. Daraus entstand die FDIC, eine staatliche garantierte Einlagenversicherung, die das produktive Kreditwesen schützte und sicherte. Heute ist es umgekehrt. Die Aufhebung von Glas-Steagall, und zwar nicht allein die Aufhebung des Gesetzes, sondern des zugrunde liegenden Prinzips, führte dazu, dass die Schleusentore für dieses finanzielle Krebsgeschwür geöffnet wurden. Der Krebs hat den Patienten inzwischen überwältigt. Aber das ursprüngliche Glas-Steagall-Trennbankengesetz hat, genau wie die US-Verfassung, eine Präambel, also eine zusammenfassende, einführende Erklärung über die Absicht des Gesetzes. Beim Glas-Steagall-Gesetz steht in der Präambel folgendes. Ein Gesetz, das dafür sorgen soll, dass die Bankeinlagen sicherer und effektiver genutzt werden, dass der Handel zwischen Banken kontrolliert wird, dass die unangemessene Abzweigung von Geldern in spekulative Aktivitäten unterbunden wird und für andere Zwecke. Alles, was wir jetzt tun müssen, ist zu diesem Grundsatz zurückkehren. Dann können wir ein neues Finanzsystem aufbauen, die Spekulationsblase verschwinden lassen, den Genozid sofort stoppen, die Grundlage für ein Kreditsystem aufbauen, um Kredite für große Entwicklungsprojekte wie Nawapa zu schaffen und sicherzustellen, dass die Jugend nicht nur in Arbeit kommt, sondern wirkliche Arbeitsplätze für junge Menschen entstehen in den Bereichen, die den Menschen einzigartig macht, in Wissenschaft, klassischer Kultur und Kreativität. Deswegen sagt Lyndon LaRouche Glass-Steagel oder Tod.